Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. Und dann begannen wir manchmal den Fehler, dass wir Menschen einsetzen, die nicht gut haben, und dann können sie die anderen nicht wiederholfen. Als das in Antiochien passiert, dann ging Barnabas in 60 ein und ab, der vor vier Jahren eine große Erfahrung mit Gott hat, und sie war vor vierten Jahren. Und dort war Salus, der war aus Paulus-Zene. Herr Jinken sagt sich den ab, der weht auf, und er sagt, Bruder, komm, hilf uns, wir brauchen Lirasch, wir brauchen Prediasch, und du bist einer. Viele haben ja in dem gestohlen, viele werden ja gestohlen, weil sie die Christen so verfolgt haben. Viele haben ja geleistet, dass dieser Mensch nicht wird, dass dort kein Predias sein können. Aber Barnabas, der hat das erkannt, dass dieser Mensch von Gott angerätet wird, dass er die Buse gedauert hat, dass er nie das Leben hat, und dass er eine große Erkenntnis hat von Gottes Wut. So, hei, luht ihn an, nahm dir mit in Antiochien, in die Gemeinde können, aber wieder wasse. Und nicht bloß wieder wasse, sie werden hier aus ein bisschen Nore ütgesandt, und können in viele andere Fälscher fahren, und das Wut Gottes predigen. Es ist doch nicht wunderbar, wenn wir abhören, so ein Engelhaut zu haben, wenn wir ein Bett an unsere Ogen heben, und sagen, dass er noch viel andere hat, die uns in China halten, wie Schlüter ans Fokken an, in unserem Einen Koste, und kommen nicht wieder, und dort steht der Halb rein, in China Brückze. Herr Jesus, helf uns, öppene Ogen zu haben, und zu sagen, dass du viele Menschen reingemacht hast im Halb. Wir sind nicht der Einzige, dass Elias nicht der Einzige wäre. Und dass du Barnabas ein Hort kaufst, soll es abzusehen, dass er in Lira sein kann, in Antiochien, dass wir auch zu einem Hort haben, um dort zu gehen, dass du vorbereitet hast, um das Halb zu gehen. Ich bitte in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy. Töp möchte mit dem Namen Jesu gerade schreiben über Paraguay und der Welt. Kontakt uns auf info.jesusresponde.com Das war eine Produktion von Jesus Responde. Das war eine Produktion von Jesus Responde. Vielen Dank.